So, hallo und herzlich willkommen bei SoliTip. Ich hoffe, ihr seid gut über die Jahre gekommen. Es ist das erste Video, was ich dieses Jahr drehe und ich wünsche euch auf jeden Fall eine tolle Saison. Viel Spaß. Für mich persönlich wird sich einiges ändern. Euer Vorteil natürlich wieder mal. Und zwar geht im Speziellen um Messen, um Veranstaltungen und so weiter. Die habe ich ja immer ganz gerne besucht und habe da einen Haufen Musterrouten dabei gehabt. Und da es ja momentan nicht so aussieht, als wenn irgendwo irgendwelche Messen noch stattfinden würden, habe ich mich jetzt entschlossen, die komplette Ausstattung an Musterrouten, also alles, was ich immer dabei hatte, jetzt rauszuhauen, Platz zu schaffen damit. Es wird auch keine neuen Musterrouten mehr geben, denn wie die Sache sich darstellt für mich, ich bin Realist, wird dann irgendwann mal eine bestimmte Voraussetzung erfüllt sein müssen, um überhaupt auf eine Messe ausstellen zu dürfen. Und die werde ich also mit Sicherheit nicht erfüllen. Egal, wie auch immer, macht euch euren eigenen Kopf dazu. Jetzt schaut mal kurz mit rüber, um was für Routen das ist da geht. Und im Laufe der nächsten Tage werde ich die einzelnen Routen, falls ihr nicht sowieso gleich mal weg sind, vorstellen. Und schaut auf meine Homepage dazu am besten, auf die solitip.com und auf meinem Telegram-Kanal, denn da werden die einzelnen Routen inklusive der Preise vorgestellt. Dann könnt ihr zuschlagen, wie gesagt, der erste Mal zuerst. Also, jetzt gehen wir mal rüber. Bis zum nächsten Mal. So, also bleibt's dran. Wie gesagt, bei solitip geht's weiter. Nach wie vor ist das meiste, was ich mache, solitip-Tuning, solitip-Reparaturen, also Spitzenbrüche und normale Reparaturen. Das ist das Tagesgeschäft von mir. Wenn einer eine Route braucht oder einen Blank braucht oder einen Bausatz sucht, da wäre ich natürlich auch gerne behilflich sein. Ich werde mal schauen, ob ich meine Homepage auch ein kleines bisschen wieder auf den Vordermann bringe. Einige staunen, dass ich auch Blanks anbiete. Okay, die sind ein bisschen versteckt auf meiner Homepage. Da werde ich mal ein kleines bisschen mehr die Trommel rühren. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, schaut meine Videos an, speziell was Routenbau angeht. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, scheut nicht mich anzuschreiben. Am besten per E-Mail oder per Telegram. Und dann können wir auf jeden Fall eine Lösung finden. Und wenn mal mit euren Routen irgendwas sein sollte, wo ihr nimmer zurechtkommt, dann wisst ihr, wo ich zu finden bin. In diesem Sinne, bleibt es mir gesund, bleibt es mir treu. Wenn das Video gefallen hat, Daumen hoch und viel Petri Heil, viel Spaß am Wasser. Demnächst geht es hier wieder los. Bis dahin. Tschüss.